Hallihallo, Hallöchen, liebe Rambazamba-TV-Freunde. Manchmal sehe ich ohne Klotzophon gar nichts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin aus einem Kurztrip wieder zurück und wir haben einen dreifach Video-Aktionsdeal am Start. Heute Bling Bling vom Allerfeinsten. Ich habe euch mitgebracht, guckt mal hier, vom Markenhersteller mit den Mega Bling Bling Steinchen, die kennt jeder. Und zwar haben wir einen Deal Unendlichkeit. Der heißt auch so, beim Bestellen nachher, beim Klicken, bitte darauf achten, da sind nicht den Fall schon bestellt. Das ist der Unendlichkeits-Deal. Ich hole den mal hier rüber und mache den mal hier richtig schick. Guck mal, und zwar ist das ein Armband in so rosigoldfarben, original Steinchen, hier steht immer alles drauf. So, guck mal, richtig schick. Wird hier dann so festgemacht, wenn man das zumacht, hier so durchgeschoben. Ja, richtig schön. Also muss man sich angucken, ist routiniert, also braucht man keine Angst. Haben wegen Allergie oder so, ist auch kein Nickel mehr drin und so weiter. Ein Armband mit Swarovski-Steinchen. Dann hier eine Kette, hier hinten Kette, weiß nicht, 42 plus 3 Zentimeter, also 42 oder 45. Hier so, dass man die sieht, mit dem Unendlichkeitszeichen und die passenden Ohrringe dazu. Richtig schöne, schicke Ohrringe. Guck mal, ich habe jetzt mal einen aufgemacht. Richtig schön mit so einem Klickverschluss. Ja, guck dir mal an, wie schön die sind. Schau mal. Sieht man das? Richtig schöne Ohrringe. Die sind auch mit dabei. Das ist dieses Set Unendlichkeit, nennt sich das. Hat eine UVP. Warst du einen Zettel? Weißt du das? Ich hole den Zettel. Ich habe einen Zettel hier. Warte, warte, ist ja alles live vor uns. Das Unendlichkeitsset, hier, für Dome, guck mal. Alles live. Das Unendlichkeitsset haben wir mit Set Nummer 3 hier unten, haben wir 100 Mal, 110 Euro ist die UVP und der Preis 26,26 Euro. ist dieses Set. Set Nummer 3. Beim Bestellen nachher im Store bitte drauf aufpassen. Guck mal, jetzt habe ich das auch gerade mal hier aufgemacht, dass man nochmal sieht. So wird es zugemacht. Zack, zack, rein und dann ist es auch zu. Guck mal, wie schön. Richtig schick. Okay? 26,26 Euro. Dann haben wir Set Nummer 2. Nennt sich Herzen. Warum? Weil alles wieder, wie gehabt, wieder vom Markenhersteller, Bling, Bling, ein Herzarmbändchen. Einmal die Ohrringe. Guck mal, richtig schick. Diesmal Stecker mit richtig Steinchen. Guck mal, richtig. Das ist schon richtig schön. Siehst du das? Bling, Bling Ware. Also richtig schön. Und das Halsketschen dazu. Wieder dasselbe. 42,45 Zentimeter. Original. Hier kann man auch wieder sehen. Schnappig Lotzki. So. Hat eine UVP. Das Ganze haben wir wieder 100 Mal. Von 90 Euro. Alles zusammen. Verkaufspreis. Wir nehmen 24,24 Euro. Nennt sich Hertz. Okay? Das ist ganz, ganz richtig. Nachher beim Bestellen. So. Das haben wir. Dann habe ich für euch als drittes Angel. Angel. Das Engelset. Auch wieder hier von Schneppig Lotzki. So. Guck mal. Hier sind überall die Zettelchen dran. Schneppig Lotzki, Steinchen und so weiter. Haben wir hier einmal. Guck mal. Richtig schön den Engelsflügel. Die Kette. Wieder 42, plus 3,45 Zentimeter. Richtig schick. Einmal dies dabei. Dann ist ein Armbändchen dabei. So im Bicolor. Siehst du das? Schwarze und weiße Steine. Richtig schick. Mit verschiedenen Längen. Zack. Dann sind dabei Ohrringe. Auch die Engelsflügelchen. Richtig schön. Da könntest du die Engelschen hören, wenn du die dran hast. Auch wieder Swarovski-Kristalle. Zack. Und bei schwarz-weißes Armband haben wir dann den Engelsflügel in XL als Kette. nochmal in schwarz dabei. Guck mal. Das Ganze ist dann 80 Zentimeter. Das ist auch mit dabei. Das ganze Set nennt sich Angel. Haben wir auch 100 Mal. Und hat ein UVP von 140 Euro. Ich habe hier einen Spickzettel. Wir nehmen 29,29 Euro. Also entscheidet euch. Eins von den drei Sets ist euers. Oder vielleicht alle drei. Wenn die weg sind, sind sie weg. Das ist ein einmaliger Deal. Und viel Spaß beim Klick. Tschö.